Was ist passiert? Kali, komm, essen. Geht das kurz noch mehr? Ja, das geht schon. Komm her. Ja, komm doch. Komm her. Kali. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm her. Komm her. Komm her. Kali. Kann ich machen, aber dann musst du den Pansen anfassen. Nee, musst du nicht. Aber schmeckt eigentlich lecker. Hast du den mal gegessen? Na, ii. Ich bin so aus dem Hunde bei deiner Hunde. Ich bin so aus dem Hunde. Ja, du bist der Hunde. Das war's für heute. Das war's für heute.